Zu diesem PR-Termin fährt er nicht selber vor. Sebastian Vettel hat sich am Donnerstag in Mönchengladbach zuversichtlich gezeigt, mit seinem neuen Team Ferrari Spitzenergebnisse in der Formel-1-Saison 2015 erreichen zu können. Es kommt darauf an, wie stark und wie dominant Mercedes in die Saison starten wird. Davon ist auszugehen, dass sie sehr stark sein werden. Aber ich glaube, was das Feld dahinter angeht, zunächst am Anfang, wird es sehr spannend. Und da hoffen wir natürlich, dass wir da aufschließen können und uns mittel- bis langfristig für dieses Jahr als die zweite Kraft etablieren können. Das wäre natürlich ein riesengroßer Schritt. Vettel ergänzte, er schätze die Zusammengehörigkeit im Hause Ferrari. Natürlich ist der Kern des Teams italienisch. Der Stolz zur Marke Ferrari ist spürbar und ist auch was ganz Besonderes. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Ansonsten würde ich mit als größten Unterschied hervorheben die Tatsache, dass praktisch alles unter einem Dach passiert. Also in Maranello wird nicht nur das Auto gebaut, sondern auch der Motor. Und ich glaube, das birgt sehr viele Vorteile. Von 2010 bis 2013 hatte Sebastian Vettel vier WM-Titel in Folge mit dem Team Red Bull erreicht. Die neue Saison in der Formel 1 startet am 15. März in Melbourne mit dem großen Preis von Australien. Am Donnerstag sprach Vettel in Mönchengladbach auch mit Studierenden der Hochschule Niederrhein, die dem 27-Jährigen selbst gebaute Rennwagen präsentierten.